ja servus leute ich möchte euch heute den ersten teil einer videoreihe vorstellen bei der es um die western digital my cloud mirror geht die wd my cloud mirror ist ein netzwerkspeicher der eure daten sicher und zentral aufbewahrt und mit diesem modell auf wunsch auch gleich doppelt absichert mit zentral meine ich dass ihr eure daten auf wunsch überall und mit unzähligen endgeräten zur verfügung habt da ich euch das ganze wirklich detailliert präsentieren möchte ist der einzig sinnvolle weg eine videoreihe daraus zu machen in diesem teil zeige ich euch was im lieferumfang dabei ist wie die my cloud aussieht welche anschlüsse sie zu bieten hat und vor allem welche festplatten sich in ihrem inneren verbergen gegen ende des videos sehen wir noch kurz wie man sie zumindest rein mechanisch anschließt die installationsdetails werden in einem der nächsten videos folgen und ganz am ende des videos zeige ich eine kleine sehr einfach gehaltene erklärung für komplette neueinsteiger die sich unter einem netzwerkspeicher gar nichts vorstellen können was man damit denn überhaupt machen kann ich wünsche euch also viel spaß und los geht's der packungsinhalt gestaltet sich recht übersichtlich neben der form schönen und hochglanz weisen wie die my cloud finden wir ein ein meter langes netzwerkkabel ein netzteil mit einem etwa 1,5 meter langen kabel und der möglichkeit verschiedene stecker aufzusetzen im lieferumfang enthalten ist neben dem bei uns üblichen euro stecker typ c auch der britische typ g stecker für das vereinigte königreich des weiteren finden wir drei faltblätter die unter anderem die obligatorischen garantiebestimmungen enthalten in diesem fall ist diese übrigens weltweit zwei jahre unter einschränkungen die man der western digital homepage oder eben diesen mikroskopisch klein bedruckten faltblatt entnehmen kann weitaus wichtiger ist da schon die kurzanleitung für die erstmalige installation der my cloud sowie der angabe was man in den browser eingeben muss um auf die my cloud zugreifen zu können und ihr findet auch ein hinweis wo man auf der homepage des herstellers eine umfassende anleitung zu diesem produkt finden kann der dritte und letzte beipackzettel zeigt wie man die steckeradapter beim netzteil tauscht und für welche länder optionale adapter verfügbar sind die my cloud selbst sieht wie ich finde wirklich gut aus nicht unbedingt ein wichtiges feature mag man denken aber für design enthusiasten ein durchaus netter pluspunkt vor allem die weiße hochglanz optik überzeugt zumindest meinen geschmack auf ganzer linie die metallfarbene rückwand ist wie die ober und unterseite der my cloud dafür aus wirklich sehr billig wirkenden plastik zwar nicht beim anschauen aber beim anfassen merkt man schnell hier wurde gespart dennoch ist die rückseite aufgeräumt und sinnvoll genutzt worden man findet dort den stromanschluss den rj 45 gigabit anschluss zwei usb 3.0 anschlüsse die einige meiner meinung nach ja sogar fantastische features bieten doch dazu werde ich euch mehr in meinem nächsten video erzählen und wir haben einen kensington lock um die my cloud vor diebstahl zu sichern obwohl man sinnigerweise mal so als dieb gedacht das ganze auch viel eleganter lösen könnte denn wie wir gleich sehen werden benötigt man keinerlei werkzeug um die zwei verbauten festplatten zu entnehmen wenn wir uns das gehäuse mal von unten anschauen sehen wir die vier recht stabilen gummi füße die sehr wirkungsvoll die vibrationen der platte vom untergrund entkoppeln eine wie ich finde sehr wichtige detaillösung bei einem solchen gerät bei den abmessungen sind wir etwa bei 17 cm höhe 16 cm tiefe und 10 cm breite und die hier von mir gezeigte 4 terabyte mirro version liegt etwa bei 2,1 kilogramm gewicht zur besseren vorstellung der dimensionen halte ich hier mal eine handelsübliche 2,5 zoll externe festplatte an die my cloud so und nun kommen wir mal zu dem aller wichtigsten den verbauten festplatten öffnen lässt sich das gehäuse mit einem etwas beherzten druck auf die oben eingelassene kunststoff klammer zum vorschein kommen die zwei festplatten die durch ein fixierungsblech gehalten werden dass man dank schraube samt bügel komplett werkzeug frei entfernen kann die zwei laschen sind jeweils mit einer festplatte verbunden und dienen dazu die festplatten aus dem gehäuse zu ziehen wie ihr seht ist alles sehr passgenau gearbeitet und daher ist etwas kraftaufwand notwendig die festplatte aus ihrem gehäuse zu holen und zum vorschein kommt das wirklich sehr hochwertiges eine western digital red diese festplatten wurden speziell für den einsatz von nas systemen entwickelt sie bieten unter anderem den 3d active balance plus massenausgleich der vibrationen verringert und damit die lebensdauer erhöht sowie für gleichbleibende leistung auch nach vielen betriebsstunden sorgt die zuverlässigkeit eines gerätes wird am sogenannten mtbf gemessen was für meantime between failures also mittlere betriebsdauer zwischen ausfällen steht und dieser wert ist bei der wd red um 35 prozent besser als bei einer herkömmlichen festplatte western digital fasst das ganze auch unter dem begriff nasware 3.0 zusammen diese auf der red aufgespielte firmware steht für kompatibilität integration aufrüstbarkeit zuverlässigkeit und geringe kosten durch optimierten stromverbrauch sowie niedrige betriebstemperaturen und dadurch ist die wd red für eine dauerbetriebsumgebung wie ein nas das im 24 7 betrieb läuft bestens geeignet außerdem wurden die red festplatten für den einsatz in raid systemen optimiert da normale festplatten nicht für raid systeme ausgelegt sind und erhebliche probleme verursachen können da keine vernünftige kommunikation mit dem raid controller stattfindet trotz dieser optimierung möchte ich ergänzen dass laut datenblatt der mycloud die zulässige betriebstemperatur von 5 bis maximal 35 grad celsius nicht unter beziehungsweise überschritten werden darf daher also bitte beim aufstellen darauf achten dass ihr die mycloud nicht vor ein fenster stellt wo das ding im sommer gebraten wird die red bietet übrigens die möglichkeit in nas systemen zu arbeiten die bis zu acht laufwerksschächte und bis zu 48 terabyte gesamtkapazität haben als goodie bietet die red drei jahre garantie also ein jahr länger als das nas selbst und es gibt sogar eine spezielle premium hotline für die wd red und für die noch hochwertigeren wd red pro festplatten eine frage tut sich jetzt natürlich auf warum sind es denn zwei festplatten nun genau das unterscheidet eine wd mycloud von einer wd mycloud mirro bei den mirro varianten sind immer zwei festplatten verbaut da bei diesen modellen die möglichkeit besteht die daten wie es der name mirro schon sagt zu spiegeln oder einfacher gesagt immer doppelt zu sichern allerdings bietet die mirro noch andere möglichkeiten die festplatten zu verwenden fangen wir mal mit der voreingestellten und meiner meinung nach sinnvollsten variante an der sogenannte raid 1 bekommt die daten auf eine festplatte und spiegelt diese direkt auf die andere festplatte es wird also immer sofort eine eins zu eins kopie der festplatte erstellt fällt eine der platten aus kann man reagieren und diese tauschen die chance dass zwei platten gleichzeitig ausfallen vor allem festplatten in der qualität einer wd red ist sehr gering allerdings auch nicht unmöglich bedenkt das bitte trotzdem sind in dieser variante eure daten extrem sicher einen nachteil gibt es natürlich aus zwei mal zwei terabyte wird natürlich einmal zwei terabyte weil platte 2 wie schon gesagt ja nur zur sicherung da ist im falle des hier gezeigten vier terabyte modells bleiben euch also noch zwei terabyte speicher zur verfügung die nächste variante nennt sich raid 0 bei dieser variante werden die daten auf beiden festplatten aufgeteilt um eine höhere schreibgeschwindigkeit zu erreichen sagen wir es mal ganz stark vereinfacht ihr kopiert eine datei auf eurem my cloud im raid 0 die datenmenge ist so groß und die datenleitung so schnell dass eure festplatte nicht mit dem schreiben hinterher kommt also wird die datei auf beiden festplatten verteilt so können beide festplatten gleichzeitig schreiben und ihr habt die vollen vier terabyte zur verfügung also schneller und voller kapazität das klingt doch super oder nicht wirklich da eure daten sich auf die festplatten verteilen sind beim total ausfall einer festplatte alle eure daten im eimer und maximal mit sehr professioneller und damit auch mit sehr teurer hilfe wiederherzustellen der nächste modus nennt sich gbot stellt ihr diesen ein habt ihr zwei logische netzlaufwerke zu je zwei terabyte also sagen wir mal netzlaufwerk y und netzlaufwerk z und ihr könnt gezielt bestimmen wo ihr was speichert ihr habt also praktisch die zwei festplatten einzeln zur verfügung und die letzte möglichkeit nennt sich spanning oder auch aufteilung dabei werden beide laufwerke zu einem laufwerk zusammengefasst was bedeutet auch hier habt ihr die vollen vier terabyte zur verfügung der große unterschied zu rate 0 ist dass hier die daten nicht aufgeteilt werden sondern erst festplatte 1 und dann festplatte 2 vollgeschrieben wird wieder mal ganz vereinfacht gesagt euer vier terabyte laufwerk ist sagen wir mal mit 3,5 terabyte beschrieben und platte 1 geht hinüber so sind aber jetzt mal rein rechnerisch die letzten 1,5 terabyte die auf platte 2 geschrieben wurden in ordnung in der praxis ist das natürlich nicht ganz so einfach und pauschal zu sagen so und nun kommen wir zum anschließen einfach netzwerkkabel in die my cloud einstecken und einen freien port an eurem router auswählen achtet darauf ob euer router eventuell unterschiedlich schnelle lan anschlüsse hat wie zum beispiel die fritzbox 7360 die hat zwei gigabit anschlüsse und zwei 100 mbit anschlüsse dort würdet ihr im idealfall natürlich einen der gigabit anschlüsse wählen bei meinem router hier sind leider alle vier buchsen nur mit 100 mbit geschalten und daher ist es auch egal wo ich das jetzt anschließe ich werde euch aber in einem der weiteren teile verraten wie ihr recht einfach und günstig auf einen gigabit anschluss upgraden könnt ohne euch einen neuen teuren router kaufen zu müssen so jetzt einfach stromstecker rein und los geht's die my cloud besitzt leider keinen ein und ausschalter das könnt ihr wenn ihr wollt aber vom rechner aus machen nur da sie wie gesagt keinen aus und einschalter hat bedeutet das für den nächsten start stecker raus und wieder rein am besten lasst ihr sie aber einfach an denn sie legt sich nach einer gewissen zeit sowieso schlafen in einen standby modus und sie ist natürlich auch für den 24 stunden dauerbetrieb ausgelegt wer trotzdem nicht ruhig schlafen kann wenn ein gerät eingeschalten ist das nicht gebraucht wird der kann das problem natürlich auch ganz klassisch mit einer schaltbaren steckerleiste lösen zum abschluss des videos möchte ich euch jetzt noch mal ganz kurz und ganz simpel darstellen und erklären was man denn so mit einem netzwerkspeicher machen kann und welche grundsätzlichen funktionen er bietet ohne dabei ins detail zu gehen das machen wir dann in einem der nächsten teile der my cloud videoreihe ja leute das war's mit dem ersten teil zur wd my cloud und ich verabschiede mich schon mal von allen die wissen was ein netzwerkspeicher ist alle anderen die wirklich komplett neu auf diesem gebiet sind die sich darunter gar nichts vorstellen können die bleiben noch dran die werden in den genuss meiner zeichenkünste kommen und ich zeichne euch hier mal was auf das seht ihr schon ist ein haus das soll ein haus darstellen mit vier verschiedenen zimmern und in dem ersten zimmer da wohnt der papa der hat einen mac im zweiten zimmer da wohnt die tochter die ist ganz cool die tiny tochter die hat ein ipad und hier oben haben wir das wohnzimmer da steht der smart tv drin da steht eine playstation 4 eine xbox one oder eine xbox 360 der playstation 3 oder was auch immer drin und wir haben natürlich noch eine hi-fi anlage die airplay fähig ist also auf dem neuesten stand der technik und in dem zimmer da drüben wohnt der sohn und der hat natürlich einen high end gaming pc und draußen auf dem gang da läuft noch die mama rum die ist schön am saugen putzen abstauben nein und die hat natürlich ihr android telefon am start und auf diesem wunderschönen tisch den ich mit unglaublichem detailreichtum zeichne steht unser router und daran angeschlossen ist die wd mycloud alle die praktisch zugriff auf diesen router haben haben auch automatisch zugriff auf die wd mycloud das heißt der papa die tochter der sohn das hi-fi zimmer und natürlich die mama die haben alle zugriff darauf aber der papa als sogenannte administrator der mycloud kann festlegen wer welchen zugriff hat das heißt er kann steuern wer welche daten zu sehen bekommt und wer nicht und ob derjenige die daten nur anschauen kann oder sie auch verschieben löschen oder bearbeiten kann machen wir mal an dem beispiel dass der papa der hat natürlich ein paar ganz schön schmutzige filme am start die darf die tochter auf gar keinen fall sehen die darf der sohn auf gar keinen fall sehen und die sollen auch nicht gestreamt werden an diese schönen hi-fi geräte im wohnzimmer die mama die darf sehen die will es zwar nicht sehen aber manchmal muss man sie zu ihrem glück zwingen was darf sie es sehen das heißt ihr könnt wirklich für jeden benutzer ein eigenes konto erstellen was der benutzer darf was er zu sehen bekommt und was er bearbeiten darf man hat aber auch teilweise daten die nicht so vertraulich sind und die man sogar zeigen möchte und die kann man auf die sogenannten public ordner der mycloud legen das heißt um auf diese ordner zuzugreifen braucht man nur zugang zum netzwerk also zum beispiel das wlan passwort wenn zum beispiel wie hier der bob kommt und der bob ist ein freund der familie kann man ihn einfach das wlan passwort geben er hat zugriff auf die mycloud aber nur auf die public ordner und dann kann der bob sich die urlaubsfotos anschauen aber sonst nichts denn für alle anderen ordner braucht ihr ein entsprechendes passwort und das schönste feature daran ist dass eure daten überall verfügbar sind zum beispiel schaut mal hier die mama die ist im fitnessstudio auf dem laufband und die möchte ihrer besten freundin unbedingt ein paar bilder zeigen von der letzten party und kein problem einfach per wlan wenn das dort im studio verfügbar ist oder per mobilen daten per app die gibt es für android und für ios auf die mycloud zugreifen zu hause und sich direkt die bilder anschauen und da freut sich auch die freundin und dann haben wir noch unser tini töchterlein die hat leider nur ein 16 gigabyte iphone 6 plus bekommen die arme in gold und da ist natürlich nicht genug speicher für ihre 20.000 itunes titel die sie sich mittlerweile gekauft hat aber das ist kein problem eine wd mycloud funktioniert auch als itunes server das heißt sie kann ihre ganzen itunes playlist auf die wd mycloud packen und kann sie dann von unterwegs hören und der papa natürlich auch ein nutzen davon der hat sich hier ein auto gemietet im ausland ist schön hier sonnenschein und muskel bepackt und möchte sich sein schönes schickes auto im urlaub holen hat aber die ganzen unterlagen zu hause vergessen aber kein problem er hat sie ja zu hause auf die wd mycloud gespeichert smartphone raus die entsprechende bild oder pdf datei rausgesucht und dem autovermieter der erst no gesagt hat ein lächeln auf das gesicht zaubern und ein ja draus machen so damit wären wir am ende von meinen unglaublichen zeichen künsten aber ich denke ich konnte euch trotzdem damit ganz gut erklären was denn ein netzwerkspeicher im prinzip ist und was man mit dem machen kann und die wd mycloud ist wirklich ein sehr sehr zuverlässiger helfer im alltag mittlerweile für mich und ich kann es wirklich jedem ans herz legen sich so ein teil zuzulegen es ist unglaublich wenn ihr so ein teil habt was ihr alles damit macht wir sehen uns dann demnächst im nächsten teil da geht es dann um die installation unter windows und unter mac und die verschiedenen einstellungen und die verschiedenen möglichkeiten die die mycloud noch bietet vor allem mit diesem tollen feature mit den usb anschlüssen hinten an der mycloud und damit wären wir am ende des videos angekommen über daumen kommentare und abos würde ich mich sehr freuen in diesem sinne macht's gut euer nazca ciao